. . . Herzlich willkommen zu den fünf protzigsten YouTuber-Momenten. Und jetzt wird's protzig. Heute geht's nicht um mein Geschlechtsteil. Willkommen zu unserem neuen Haus. Was braucht YouTube Deutschlands Content-König, um auch in Zukunft geile, megageile und ultrakrass megageile Videoprojekte auf die Beine zu stellen? Na klar, eine geile Hütte, vollgestopft mit geilen Mitarbeitern, die gemeinsam mit Ju den ganzen Tag nur eines tun, geilen Shitproducen. So zeigt unser Platz Nummer fünf auf eindrucksvolle Art und Weise, dass Protz per se nichts Schlechtes sein muss. Schließlich hat sich Julian Bam diese Mördervilla inklusive Traumteam auf ehrliche und vor allem auf krass kreative Art und Weise hart erarbeitet. Die Top fünf Jury um Sky Dumont und Bruce Darnell meint voll geil. Boah geil! Klar, es ist auf jeden Fall ein krasses Haus, was er sich da geholt hat, aber ich fand, es kam irgendwie gar nicht protzig rüber bei ihm. Wow, ist natürlich modernste Architektur, ist natürlich ein ... Sieht aus wie ein Rohbau, aber ist es gar nicht. Traumhaft, wurde damals auch mit gerechtfertigt, dass da natürlich ein ganzes Team drin wohnt. Ich habe zuletzt gehört, ohne das auch nur ansatzweise glauben zu wollen, bedingungslos, dass eigentlich noch weitere 80 Quadratmeter Maisonnetzwohnungen im Umkreis angemietet wurden für das eigentliche Team und da tatsächlich nur gedreht wird. Ich fand's schon echt krank, als er das gemacht hat. Weil ich dachte mir, okay, jetzt geht's noch mal richtig für ihn los. Also, da merkt man richtig, er wird jetzt noch mal richtig Gas geben. Alles wird sich verändern, die Qualität geht hoch und so. Der Drew ist ja einer, dem gönnt man sowas. Ja. Allerdings glaube ich, dass bei seiner Art, wie er Steuern berechnet, genügend Geld übrig geblieben ist, um sich das Haus zu leisten. Ja, das war das erste Mal, wo ich mich wirklich so ein bisschen über ihn aufgeregt habe. Na ja, klasse, Julian Bam. Hat er sich verdient? Ja, sagt mal, hab ich jetzt schon zu oft gesagt. Hat er sich nicht verdient. Bin ich mal anders, bin ich mal Contra. Hat er sich nicht verdient. Über Julian Bam kann man sich nicht aufregen. Ja, tut mir leid. Aber in diesem Video zu sagen, ja, ich hab ja so hohe Kosten für dieses Haus, dann meinst du, ja gut, also, sorry, dass du 20.000 Euro an Hypothek abzahlen musst pro Monat. Deswegen, das Haus sollte ja auch eigentlich der endgültige Beweis sein, dass Julian Bam vielleicht nicht unbedingt 10.000 Euro miese im Monat macht. Der macht YouTube-Videos und hat eine Reds-Kamera ausgeliehen. Entschuldige bitte mal, er ist kein Bürgermeister. Und du kannst auch mal die Nägel sauber machen, ne, der ist Dreck drunter. So, jetzt Ansagen genug, ja? Du hast von der ganzen Bräunungscreme einen ganz orangenen Bart. Du auch, aber es ist egal. Platz vier. Rehwindzeit. Fliegen in der besten Business Class der Welt. Ich glaub, das ist die beste Business Class der Welt. Da hat sich jemand nicht nupen lassen. Aber ich sag euch trotzdem noch nicht, wo wir hinfliegen. YouTube-Fans wissen, Let's-Play-Legende Rehwindzeit lässt verlässlich oft einen fliegen. Dass er es sich aber auch gern mal in einem meist nicht ganz so faulich riechenden Fluggerät bequem macht, zeigte Rehwi in einem eindrucksvollen Reisevlog, bei dem er mehrere tausend Meter über dem Boden schaumige Süppchen schnabulierte und das elegante Ambiente genoss. Kann man mal machen, Rehwi. Aber nimm beim nächsten Mal doch bitte auf eigene Kosten Jodie mit, du geizige Sau. Warum stellt er das so, als ob es so eine Sensation ist da? Ja, und hier könnt ihr euer Stecker reinstecken, wo ihr eure Akkus lädt. Nur in der Business Class, Bro. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, dass er das gemacht hat. Also, was ich jetzt gesehen habe, war auch gar nicht so protzig, wie er es erzählt hat. Er hat einfach nur erklärt, was es da so gibt. Also, ich muss sagen, ich bin schwer enttäuscht. Also, habt ihr schon mal ein Casey Neistat-Video gesehen? Also, der fliegt noch Business Class. Bitte, flieg mal Emirates first oder sowas. Also, Business Class. Was für ein Loser. Er war auf jeden Fall nicht dazu verpflichtet, da aus dem Flugzeug ein Video zu drehen, hat es aber gemacht, weil man möchte natürlich auch zeigen, was man hat, als wir 2016 nach Las Vegas geflogen sind. Apropos, man möchte ja zeigen, was man hat, deswegen gehe ich seit Jahren zum FKK-Strande. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, das ist ja dieses Problem bei den Neureichen, Leute, die zu einer Menge Geld kommen, haben natürlich auch mal so dieses Bedürfnis, dann anderen Leuten das auch möglichst aufs Auge zu drücken. Ich will Rewe überhaupt nichts unterstellen, wir sind ja wirklich gute Freunde und spielen noch einmal die Woche Tennis. Aber ich selber würde halt niemals irgendwie das so ... Also, ich finde, das hat was ... Irgendwie zerstört das so den Mut. Also, als wir 2016 nach Las Vegas geflogen sind ... Und ein Jahr davor nach Dubai ... war auch immer ein bisschen klasse am Start, denn ich möchte meine Füße, meine kleinen Wurzelfüße, dass wir auch ausbreiten können. Und das muss sein, finde ich total gut vom Rewe, würde ich auch alles genau so zeigen. Aber es ist auch schön, wenn du die Videos von Casey Neistat siehst, und das vergleichst mit Rewe Insight, das sind so irgendwie, als würden zwei auf unterschiedlichen Seiten des Wassergrabens stehen und so rüberrufen, Niveau! Und bei Rewe Insight kommt dann nur noch Oh an. Ich finde es halt einfach ... Ich finde es uncool. Das ist das richtige Wort. Ich finde es wahnsinnig uncool. Ich fand es bei Casey Neistat aber auch schon unfassbar uncool. Nee, aber finde ich, finde ich ein bisschen cool. Aber auch irgendwie okay, man kann es jetzt ... Man muss sich das ja nicht übertreiben und übel zu filmen und so. Platz drei. ApoRed. Ich zeige euch meine 8.000-Euro-Geezy-Sammlung. Das ist jetzt einer von den dreien, der vor kurzem released worden ist. Und zwar ist er in drei Farben released worden. Ach, wirklich? Dass ApoRed über mehr hässliche Turnschuhe als funktionierende Gehirnzellen verfügt, dürfte mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Trotzdem ist es immer wieder schön, wenn Apo seinen Schuhschrank öffnet und seinen treuen Fans stolz seine teuersten Treter präsentiert. Leider gilt für Jeezys dasselbe wie für Tatjana Xels Gesicht. Nur weil's viel gekostet hat, muss es nicht gleich geil aussehen. Ich kann mir den Typen nicht angucken. Das ist so ein widerlegendes Fall. Darf man das sagen? Ich finde das sehr metrosexuell. Ist das politisch korrekt? Ja, das darf man durchaus sagen. Finde ich gar nicht so schlimm, dass er das gemacht hat. Was ich gesehen hab, war auch gar nicht so protzig, wie er's erzählt hat. Er hat nur erklärt, was's da so gibt. Ich glaub, das Leben muss sehr schön sein, wenn man so schnell zufriedengestellt werden kann durch irgendwelche Schuhe im Chocolat-Maracuja-Ton. Ich muss ganz ehrlich sagen, und das mein ich nur objektiv gesagt, ich finde, es gibt auch dieses Bild, wo er alle seine Schuhe zeigt. Das sind genau die, die ich persönlich niemals kaufen würde. Das sind so rote Lackschuhe, dann hast du irgendwas noch mit Tigerlmuster, dann hast du irgendwelche in so einem Schokobrauen. Es ist gar nicht mein Style. Das waren die einzigen Videos, wo ich wirklich reingeguckt hab. Ich find die gar nicht so schlimm, Jeezys. Aber ich würd mir trotzdem keine kaufen. Für Schuhe geb ich keine 1.000 Euro aus. Früher gab's ja dieses Ding, dieses Klischee, dass man gesagt hat, jemand, der seine Autos immer so vorführen muss oder generell mit seinen Statuswerten prahlen muss, der hat einen wahnsinnig kleinen Penis. Und bei ApoRed möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber da scheint ordentlich was zu fehlen in der Hose, wenn man so viele Schuhe in die Kamera halten muss. Ich hab früher auch angefangen zu sammeln, ein paar Sachen, sei es Lego oder Leichen. Und hab irgendwann dann gelesen, dass Leute, die sammeln, Lücken in ihrer Persönlichkeit versuchen zu stopfen. Manchmal ist es auch zu viel, wie er die ganzen Sachen kauft und so. Also manchmal denkt man so, okay, er ist so übel fixiert drauf, so jeden Shit zu holen. Dann kann sie aber auch geil erklären irgendwie. Also es ist so negativ und positiv, ich weiß nicht. Platz 2. Bibi und Julian. Unterwassersuite in Dubai. Und das Atlantis Hotel hat uns ermöglicht, eine Nacht in der Unterwassersuite zu schlafen. Wir sind uns alle einig, finanziell werden Bibi und Julian niemals baden gehen. Dafür sind sie A zu klug und B zu reich. Tschüssi. Doch um nach unzähligen Luxusurlauben wieder etwas Abwechslung ins Reisefotoalbum zu bringen, simulierte das traumhaft duftende Traumpaar einfach den gemeinsamen Untergang und buchte eine Unterwassersuite im von Armut und Gängewalt gebeutelten Dubai. Ich hätte ja gern mal Hering gespielt, als sich Bibi und Julian liebestrunken in die seidigen Laken haben fallen lassen. Aber man kann halt nicht alles haben. Naja, bis auf Bibi, nie schon. Und da hat einer noch diese ... Oh, Bianca, das war mein Wassermelonsaft. Oh nein, der Wassermelonsaft, Bianca. Und das waren meine Gehirnszellen, die gerade explodiert sind. Mann. Das war klasse, die waren im gleichen Hotel, wie wir damals waren. Nee. Doch, Atlantis. Ja, toller Ausblick. Also, ich bin allgemein grundsätzlich so ein Freund von Wohnungen oder Immobilien, die mir den Eindruck vermitteln, ich bin komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Und wenn du natürlich drumherum irgendwie nur Wasser hast, ich glaube, ich würde mich sehr, sehr wohl fühlen. Ich will nicht wissen, was diese Fische alles für Sachen gesehen haben, ehrlich gesagt. Ich schwör's, die Leute, ich hab nicht ein Video von Bibi und Julian geguckt. Nicht einmal von Anfang bis zum Ende. Ich konnte es einfach nicht. Ab 20 Sekunden ging es nicht mehr bei mir. Ich glaub, ich hab irgendeinen Defekt bekommen. Ich so ... Meine Mutter kam rein, erst mal Anfang. Dieses Video vereint wieder all die Qualitätsmerkmale, die Videos von Julienko und Bibi so haben. Schlechte Ausleuchtung, mieser Ton und zwei Volltrottel, die da rumstehen und blöde Scheiße erzählen. Ist halt Bibi, ja, weiß ich nicht. Aber ich find's nicht so schlimm. Also, tolles Suite, tolles Hotel. Weitere eigene Erfahrung. Bin ja damals, äh ... Dubai ist natürlich unsere Wahlheimat. 2013, 2014, Rue Jettet. 2015. Ja, 2015, Rue Jettet. Und hatte ein unvergessliches Wochenende. Ganz toll, hat einen Job dran. Hab über 800 Leuten gesprochen. Aber ich glaube, dass Julian zum Beispiel, der immer so ein bisschen im Schatten dieser starken Bibi steht, und das ist ja kein Geheimnis, dass es immer so ein bisschen schwierig für den Mann, glaub ich, ist, so im Schatten zu stehen, dass der dann bei dem Geschlechtsverkehr in dieser Banane ... In dieser Banane ... In diesem Whirlpool mach ich natürlich. Eventuell auch im Zusammenspiel mit der ein oder anderen Banane. Äh ... Bibi so richtig schön wissen lässt, hey, ähm, ich bin auch noch da. Das Hotel hat sie doch bestimmt da kostenlos wohnen lassen, oder? Das ist eine gute Frage. Also, ich habe schon von Influencern gehört, die Reiseunternehmen anschreiben und dann sagen, hey, könnt ihr mir die Reise nicht mal zu 50 Prozent sponsern? Äh, und sind ja auch genügend auch schon nach Afrika oder so geflogen, aber ... äh, ja, gute Frage, ich weiß es nicht. Also, lieber Hotelanbieter, ich würde auch gemein. Platz 1. Simon Desu. Meine neue Wohnung in Miami. Oh, das geht ab jetzt mit Simon Desu. Es ist kein Geheimnis, dass das extrovertierte YouTube-Urgestein gern mal die Fuffis durch den Club fliegen und es sich hauptberuflich unglaublich gern unglaublich gut gehen lässt. Doch Simon Desus' Hammerhütte in Miami markierte einen völlig neuen Höhepunkt auf dem prall gefüllten Protzkonto des Asi-Content-Entertainers. Was ne Bude. Mann. Na toll. Und ich wohne noch immer bei Mama im Keller. Robert, kommst du jetzt bitte zum Essen? Was? Ich komm ja gleich zum Essen. Ich muss das nur ... Ich muss das nur kurz fertig sprechen. Solange du deine Füße unter meinem Tisch wechst, es gibt Krautrollabben. Ach, wär ich doch Simon Desu. Es ist schon ne krasse Bude und es ist Miami und so. Klar, kann ich verstehen, dass Leute da denken, dass es protzig ist und so, aber er freut sich halt. Hätte er das nicht gemacht, wär nicht noch einmal so hochgekommen. Auf jeden Fall. Weil es hat ihn so noch mal ins neue Licht gebracht bei ihm. Wirf natürlich Fragen auf, wenn es möglich ist, dass jemand, der eigentlich nichts anderes kann, als seine Freundin zu instrumentalisieren und sich allerhöchstens noch, aber selbst das auch nur durch Zuhilfe, in Nutella einzureiben, wenn das doch heutzutage schon ausreicht, um sich so eine Wohnung leisten zu können, dann muss ich doch ganz ehrlich sagen, Akademiker dieser Welt, wie doof seid ihr eigentlich? Ich glaube, er ist mit seiner Freundin hergezogen, damit sie dann viele hütische Babys machen können, die dann auch Gewinnspiele machen, die nie eingelöst werden. Ah ja, ah ja. Die Wohnung war natürlich dann im Endeffekt doch ein bisschen zu teuer für den Sailor Midday. Der ist ja wieder in Deutschland. Und würdest du was machen, zu sagen, ey, ich wohne jetzt einfach mal für ein halbes Jahr in Miami, teure Miete, ich weiß, irgendwann werde ich da rausfliegen, aber YOLO? Ja. Oder sagst du eher so, ey, genießen? Ich finde das eigentlich manchmal ganz lustig. Manchmal kann ich's mir angucken. Nicht andauernd, aber ist eigentlich ganz lustiger. Er dominiert einfach an der Zeit, als er in Miami war. So richtig krank. Und dann kam seine Freundin dazu und dann war vorbei. Also übel ausgerastet, einfach Miami. Also ich muss echt sagen, diese Top-5-Liste an Dekadenz hat mich enttäuscht. Hat mich auch enttäuscht. Für mich völlig verdient auf Platz eins. Das waren die fünf protzigsten YouTuber-Momente, da bin ich ja ... Da werd ich so gelb wie Bennys Zähne vor Neid. Also wirklich, da schreibt mir in die Kommentare, was fehlt euch noch? Diese Beleidigungen sollen jetzt machen die Community gar nicht. Doch, das mögen die Leute. Eiea!